Wo ist deine Mama? Die hat mich doch zu dir geschickt. Was? Die hat mich doch zu dir geschickt? Wie heißt denn die, deine Mama? Mama. Aha. Mal zu, Kleiner. Juri. Ja, ja, Juri. Ich hab zu vielerweise gar selber was Wichtiges zu tun. Deswegen bringe ich dich jetzt nicht zur Schule. Klar? Ich möchte nicht darüber sprechen. Aber ich, ich möchte darüber sprechen. Ich will zum Beispiel wissen, warum du nicht darüber sprechen willst. Aber in deinen Kreisen, da redet man ja nicht über sowas. Du redest über Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Was war mit dem Typen, den du abgeknallt hast? Was war da mit dem Typen? Hat er dir auch nicht mehr in dein Kram gepasst? Oh ja, ich sehe es genau vor mir. Du wolltest ihn loswerden und dann hat er dir tierisch eine geschallert. Dann macht es mir am meisten Spaß, weil dann kann ich irgendwie loslassen und ich bin eh ein... Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020